Hey, hey, Oliver Schirmer hier. Herzlich willkommen zu einem weiteren Quick-Tipp und heute möchte ich mit dir einfach mal die folgenden fünf Fragen beantworten. Wie kann ich ohne Werbebudget am besten neue Leads für mein Business gewinnen? Was sind die besten Nischen im Internet? Welche Inhalte sollte ich auf meiner Webseite veröffentlichen? Und wie bekomme ich die E-Mail-Blut in den Griff? War auch so eine Frage, die mich die Tage erreicht hat. Und wie organisiere ich, also ich, Oliver Schirmer, meine Wiedervorlage. Ja, lass uns gleich einsteigen mit der ersten Frage. Wie kann ich ohne Werbebudget am besten neue Leads für mein Business gewinnen oder für mein Network-Marketing-Geschäft Interessenten gewinnen? Das sind ja aus meiner Sicht halt zwei ähnliche Fragen. Deswegen habe ich sie ja einfach zusammengepackt. Und der nachhaltigste Weg, den du ja aus meiner Sicht gehen kannst, ohne großes Werbebudget aufzuwenden, ist einfach Content-Marketing. Ja, ein Blog oder ein YouTube-Kanal oder Podcasts, ja, die sind relativ, ja, easy eingerichtet, kostet kaum Geld, ja. Du hast eventuell ein bisschen, also ein bisschen, ja, Kosten für Hosting, ja, und so weiter. Vielleicht ein bisschen Technik, in die du investieren musst, aber das war's schon. Ansonsten ist die Währung, die du hier einfach bezahlen musst, das ist einfach dein Wissen, deine Arbeitszeit, ja, deine guten Ideen. Und, ja, da musst du einfach für dich noch klären, was ist gutes Content-Marketing. Und da gibt's, ja, da könnten wir jetzt wirklich richtig lang drüber reden, was gutes Content-Marketing ist, was schlechtes Content-Marketing ist. Letzten Endes geht's einfach darum, dass du die Probleme deiner Kunden oder deiner potenziellen Kunden löst, ja, dass du, ja, dir einfach, dass du dich in deine Zielgruppe einfach mal hineinversetzt und dir die Frage stellst, okay, was sind denn die Probleme, die meine Kunden oder meine potenziellen Kunden haben und wie kann ich ihnen dabei helfen, ja, diese Probleme zu lösen. Wenn du jetzt, ich sag mal, kein Problem an und für sich löst, weil du vielleicht irgendwie, ja, Comedian bist oder was auch immer, dann ist natürlich, ja, das Thema Content, ja, Unterhaltung, ja, also es kann auch Unterhaltung sein. Content muss nicht immer irgendwie fachspezifisch sein, sondern es muss halt, lange Rede, kurzer Sinn, es muss halt einfach, ja, einen Mehrwert für deine Zielgruppe haben, also nicht das, was du als Mehrwert verstehst, sondern was deine Zielgruppe unter Mehrwert versteht. Ja, was du auch noch machen kannst, ist auch noch so eine gute Idee, damit möchte ich jetzt das Thema Content-Marketing einfach mal abschließen. Eine weitere gute Möglichkeit ist einfach, wenn du Gruppen-Marketing betreibst, ja, und das funktioniert einfach wie folgt. Ich verkürze, wie gesagt, ich verkürze das jetzt hier einfach, sondern ich möchte einfach nur ganz schnell die Antwort darauf geben. Du könntest zum Beispiel eine Gruppe eröffnen, in diese Gruppe lädst du dann eben Menschen ein, die, ja, potenzielle Kunden für dich sind, ja, und jetzt kannst du immer am Anfang der Gruppe zum Beispiel einen Beitrag fixieren, ja, und jeder Neue, der dort, ja, hinzukommt, der kann dann eben deinen Beitrag lesen. Du kannst es dann auf deine Landingpage verlinken, ja, indem du zum Beispiel deinen Lead-Magneten dort anbietest, wie auch immer, ja, zu der Kreativität sind hier keine Grenzen gesetzt. Du musst einfach schauen, was da für dich funktioniert. Das Gute an Gruppen-Marketing ist einfach, dass du, ja, ja, dass du einfach schnell herausfindest, welche Bedürfnisse eigentlich die Leute in der Gruppe überhaupt haben, ja, du kommst schnell ins Gespräch mit potenziellen Kunden, ja, und kannst dementsprechend halt für dich relativ schnell herausfinden, ja, was denn eigentlich, ja, so nachgefragt wird und was denn, ja, deine potenziellen Kunden, ja, für Probleme, Bedürfnisse haben und dementsprechend halt auch, welche Produkte und Dienstleistungen sie sich wünschen. Ich habe dir auf meinem Blog, www.olevaschirma.de, hier in dem Artikel, verlinke ich unterhalb des Videos, beziehungsweise, wenn du das als Audiospur hörst, unterhalb des Audios, habe ich dir noch ein paar Artikel bereitgestellt, die ich im Blog schon, ja, vor längerer Zeit erstellt habe, die aber nach wie vor aktuell sind und die, ja, tiefer in das Thema dann dementsprechend eintauchen, da kannst du dir dann weitere Infos rausziehen, wenn du, ja, dementsprechend die Infos haben möchtest. Dann wurde ich gefragt, was sind aus meiner Sicht die besten Nischen im Internet? Grundsätzlich könnte ich es mir jetzt einfach machen und könnte sagen, die, die bei dir funktionieren, aber das, ja, ist jetzt mal dahingestellt, sondern aus meiner Sicht sind die vier großen Hauptnischen, ja, die folgenden, alles, was so das Thema Geld verdienen, passives Einkommen betrifft, ja, eben Karriere, Geld vermehren, das ist immer ein guter Bereich. Eine weitere gute Nische ist immer Gesundheit und Abnehmen, ja, das Thema Fitness, dann Dating ist natürlich auch immer so ein Thema und die Rubrik Persönlichkeitsentwicklung, ja, und natürlich gibt es da innerhalb dieser Hauptnischen noch weitere Unternischen, aber das sind so aus meiner Sicht die vier großen Nischen, die, ja, die die Menschen eben interessieren, weil sie einfach, ja, das Leben der Menschen irgendwo beeinflussen, ja, jeder Mensch hat mit Geld zu tun, viele Menschen, ja, möchten ihr Idealgewicht erreichen, wiederum die, die Idealgewicht haben, möchten gesünder sein, möchten fitter sein, ja, Leute, die keinen Partner haben, die möchten einen neuen Partner kennenlernen oder die, die halt eben schon einen Partner haben, mit dem nicht ganz zufrieden sind, die möchten halt vielleicht einen richtigen oder einen neuen Partner kennenlernen und dann geht es halt eben noch darum, die eigene Persönlichkeit zu entwickeln. Das sind so diese vier Hauptbereiche, die ich, ja, als sehr, sehr wichtig und lukrativ achte. So, welche Inhalte sollte ich jetzt auf meiner Webseite veröffentlichen? Ähm, das ist so eine Frage, die kommt immer wieder, ähm, pauschale Antworten kann ich jetzt hier über das Format leider so nicht geben, wichtig ist einfach, dass, um nochmal an das Thema Content Marketing anzuknüpfen, du solltest einfach relevante Inhalte für deine Zielgruppe veröffentlichen, stell dir einfach die Frage, ja, oder mach einfach ein Research, ja, über den Google Keyword Planner oder wo auch immer, oder zum Beispiel über deine Gruppe, ja, ähm, was deine Kunden, was deine Interessenten gebrauchen könnten, ja, welche Probleme haben sie und wie kannst du ihnen dabei helfen, ja, diese Probleme zu lösen und dann, ähm, veröffentlichst du das auf deiner Webseite, ja. Ähm, wichtig ist einfach, du solltest eben relevanten, relevanten Inhalt posten, der eben für deine Leser, äh, wichtig und interessant ist und du solltest Inhalte posten, die du, ja, wo du so in ein, zwei Jahren, wenn du dann, ja, wenn das andere Menschen lesen oder was auch immer, ja, wo du es einfach nicht bereust, also solltest einfach nichts posten, wo du, wo du dich irgendwann dafür schämst oder wo du, ja, einfach bereust, dass du es in die Welt gesetzt hast, also diese zwei Dinge solltest du da einfach beachten. Okay, wie bekomme ich die E-Mail-Flut in den Griff? Also, auch hier muss ich einfach dazu sagen, man muss das immer alles ein bisschen individuell betrachten, ja, jeder hat, äh, andere Voraussetzungen und jeder muss ein bisschen, ähm, ja, anders, ähm, ja, in seinem Business arbeiten. Ähm, für mich ist es einfach so, ähm, ich setze mir immer einen festen Zeitblock am Tag, meistens ist das einmal und das ist so um die Mittagszeit, wo ich meine E-Mails abrufe, das kann aber auch ein-, zweimal am Tag sein, dann mache ich es dann eben nochmal am späten Nachmittag und, ähm, ja, ich gehe dann halt eben einfach, ja, die E-Mails durch, das heißt also, Punkt 1, ich setze mir einen festen Zeitblock, an dem ich das Ganze mache, ähm, und ich gehe dann jede E-Mail einfach durch und scanne die einfach, ja, ähm, ich stelle mir einfach die Frage, muss ich da jetzt drauf antworten, wenn die Antwort Nein lautet, ja, dann wandert die E-Mail in den Papierkorb, ja, wenn die Antwort Ja lautet und ich kann sie schnell beantworten, dann beantworte ich sie eben einfach schnell. Wenn du jetzt halt zum Beispiel deine E-Mails von deiner Assistentin, ähm, ja, bearbeiten lässt oder wenn du, äh, eine E-Mail bekommst, die ein anderer Mitarbeiter besser beantworten kann, ja, dann kannst du natürlich auch das Ganze dementsprechend weiterleiten, also komplett easy und, ähm, ja, ich handhabe das eigentlich relativ einfach, die ganze Geschichte. Und dann gibt es noch eine zweite, äh, Sache, nach der ich eben durchscan, ähm, ist die E-Mail so interessant, dass ich sie lesen will? Wenn die Antwort eben darauf Nein lautet, also will ich eigentlich nicht lesen, gleich in den Papierkorb und, ähm, wenn ich sie als interessante Achtung vielleicht mal lesen möchte, dann mache ich das zu einem späteren Zeitpunkt und dafür habe ich einfach einen separaten Ordner, wo ich die E-Mail reinschiebe und dann lese ich es einfach dann, wenn ich mir die Zeit dafür nehmen möchte. Okay, soviel zum Thema E-Mail-Flut und dann hatte ich noch in einem, ähm, in einem persönlichen Gespräch hatten wir noch das Thema Wiedervorlage und da wurde ich halt eben gefragt, wie organisiere ich das denn am besten, ähm, digital oder manuell? Ähm, also ich muss einfach dazu sagen, ähm, ich nutze, was die Wiedervorlage betrifft, keine digitalen Hilfsmittel, außer meinen Kalender. Das heißt, in den Kalender werden halt meine, äh, Termine eingetragen, aber alles, was so auf die Wiedervorlage kommt, das mache ich, ja, also händisch und mit Papier, weil, ähm, ich habe einfach für mich festgestellt, das muss aber jeder für sich selber entscheiden, natürlich kannst du es auch digital machen. Ich habe für mich festgestellt, dass wenn ich es digital mache, geht mir einfach viel, äh, verloren, weil du halt bei, bei einer, ähm, ja, wenn du das über eine App oder was machst, ähm, öfter, oder halt die Versuchung einfacher ist, einfach mal zu sagen, okay, mache ich ein anderes Mal oder ich klicke es einfach weg, ja. Ähm, also damit mir halt einfach nichts verloren geht, habe ich einfach so einen Pultordner, das sind so 31 Fächer, ja, also für jeden Tag ein, ein Fach, also für jeden Monatstag, ja, ein, ein Fach und, ähm, dann habe ich nochmal zwölf Hängemappen, für jeden Monat eben eine. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mit einer Person gesprochen habe und jetzt feststelle, okay, ich will die im Mai wieder kontaktieren, dann mache ich einfach einen ganz normalen Notizzettel, ja, wo ich einfach die, die relevanten Infos, ähm, drauf schreibe, ähm, ähm, oder wenn, wenn es ein Kunde ist, wo ich, äh, die Infos in der Kundenakte habe, dann schreibe ich einfach dazu, ähm, Infos, Kundenakte, dann weiß ich genau, wo finde ich was, ähm, und dann kommt eben dieser Notizzettel in den Monat Mai rein. Und dann sammle ich eben einfach so alle Vorgänge, die, ähm, die wichtig sind, ja, oder auf die ich eben reagieren muss. Wenn ich jetzt einen Brief bekomme, ja, vielleicht vom Steuerberater oder was auch immer und ich muss das zum Beispiel, ähm, bis zum 15. des Monats, des aktuellen Monats erledigen, dann kommt es halt nicht in den, in die Monatsmappe, sondern halt eben direkt in, in den Pultordner, ähm, am, ja, Tag 15 oder wenn ich halt das vorher bearbeiten muss, dann halt an dem Tag, wo ich es eben einsortiere, ja. Ähm, ja, und für mich funktioniert das System halt relativ einfach, weil ich sammle halt so alle meine Vorgänge und wenn dann der besagte Monat kommt, dann nehme ich am Anfang des Monats, ja, mir 10 Minuten Zeit, ähm, hole alles, was in dieser Hängemarpe drin ist, hole ich raus und sortiere es eben dementsprechend in die, in die, in den Pultordner mit den 31 Fächern und so, ähm, ja, habe ich eben meine, ja, meine Wiedervorlage relativ einfach, relativ simpel und mit relativ wenig Zeitaufwand, ähm, 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 ja, organisiert. Und für mich funktioniert das einfach, weil ich, sei, dass ich so arbeite, also nicht digital, einfach nichts vergesst, mir geht nichts durch die Lappen und, ähm, ja, es funktioniert einfach und deswegen, ähm, ist das so eine Sache, die ich eben bei aller Digitalisierung, ja, einfach gern, ja, nur noch mit Blatt und Papier und wie gesagt, Hängemarpe und den, ähm, Pultordner dementsprechend mache. Okay, jetzt hoffe ich, dass diese Tipps hilfreich für dich waren. Wenn das so war, dann würde ich mich freuen, wenn du, ja, das Ganze mit deinem Netzwerk teilst. Ähm, für weitere Infos, ähm, besuch doch einfach meinen Blog. Den Link zu diesem, ähm, Quick-Tipp, den, ähm, mache ich dir unterhalb des Videos oder unterhalb der Autospur, ähm, äh, der Audiospur, Entschuldigung. Und, ähm, ja, du hast dann, wenn du auf meinem Blog bist, die Möglichkeit, uns hier rüber einfach eine Nachricht zu schreiben, ja, dass du einfach hier draufklicken kannst, mir eine Nachricht hinterlassen, ähm, dann können wir auch relativ schnell in Kontakt treten. Natürlich freue ich mich auch, wenn wir uns, ähm, kennenlernen und uns in, ja, den sozialen Netzwerken, äh, vernetzen. Ähm, ja, auf dem Blog, trag dich in den Newsletter ein, du bekommst kostenlose Tipps oder besuch eines meiner Webinare. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt maximalen Erfolg und ich hoffe, das Ganze hier war für dich hilfreich. Hinterlass mir ein Feedback, teils mir dein Netzwerk. In diesem Sinne, alles, alles Liebe, alles Gute, dein Oliver Schirmer. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.